Ach ja, jetzt sehe ich das da. Ja, ja, ich glaube, da darf ich mich in dem Lesen. Okay, und das bringen wir jetzt zu diesem Kosmetikstudio, da war halt diese Farbe direkt. Und da geben wir das. Aber weißt du, das sind eigentlich schon die ganzen Larry-Spieler, das war eigentlich immer, dass er irgendwas den Frauen immer geben wollte. Was, Kreditkarte, mal Larry 3 oder irgendwas, ne? Er wollte ja immer, immer, aber das ist auch ein bisschen ein südiges Leben angelegt, weißt du? Jetzt ist das Spiel aufgebaut irgendwie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo waren das jetzt mit diesem Scheiß. Was? Ich will gucken, wo das Kosmetikstudio war. Das ist ja da nichts. Richtig, das ist immer, wenn du runtergehst, an irgendeine Gänge, du musst das Ding auch runtergehen. Aber hier schon mal nicht. Die Wände und das alles, das sieht auch irgendwie aus wie früher noch, wie diese reinkopierten Texturen irgendwie alles. Ja, ja. Der Teppich alleine. Oh, Schablis, I hope you love this gown. I really think it's you. Oh, Larry. Oh, it's perfect. Oh, you little devil. Whatever can I do to repay you? Why don't you meet me tonight, down at the beach, and we'll take a midnight swim together, just the two of us, alone, in the moonlight. What do you say? I think I love it. What do you say? My say, I love you. Me there. Until tonight, Chablis. Das ist der andere, ne? Ich könnte... Okay, er lädt. Ich habe einen guten Arm. Muss ich jetzt das Kondom geben, oder? Ich müsste sie erst berühren. Achso, das heißt, ich möchte das Symbol und dann ein Kondom. Was sind die denn noch Fragen, glaube ich? Was sind die denn noch? Hi, Leary. Ich habe einen Moment für dich. Ich bringe ein bisschen was für uns. Champagne. Chilled. With two glasses. You wild man. Not yet. She's ready to give you even more than you can take, Larry. You wild man. Ich muss dir das Kondom geben. Aber keine Ahnung jetzt. Ah, das Spiel hat sich gedra... Okay, das Spiel hat sich gerade wieder verabschiedet. Wir haben es nochmal neu reingeladen. Ich mache jetzt nochmal einen... kleinen Save. Ach, die alten guten Spiele, die waren ja so stabil. Ja, genau. Du kannst es spielen, bist der Arsch drauf. Oh, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Ich versuche aber als Rundum zu spielen. Wenn ich es finde. Was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da, da ist es. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Haben sie schon echt was wollen. Not yet, Larry. Once again, you're premature. Wiles. Oh, nein. How rude. Ja, in welche reingefolgen muss man lassen? Okay. Levit führt sich mit Schäbel am Strand und er spricht mit ihr, und fasst sie an. Dann machen wir das mit Hand-Symbol am Lein. Hi, Larry. Ich habe dich erwartet. Ich habe ein bisschen was für uns gebracht. Champagne, gelb, mit zwei Gläser. Habe ich schon gesagt, dass ich deine Augen spannend finde? Nein, aber bitte. Ich finde deine Augen spannend. Sie haben ja. Ich habe schon gesagt, dass ich die Augen spannend finde? Nein, aber bitte. Nein, aber ich finde die Augen spannend. Oh, Sie haben ja. Sie müssen noch ein bisschen lava hier. Ja, aber bitte. Ja. Ja. Oh, yes. Oh, Larry, that's so nice. Oh, Larry. Not yet, Larry. Once again, you're premature. Oh, Larry. Perhaps Susan. Oh, Larry. I know what you're thinking. Oh, Larry. Oh. I know what you're thinking. I know what you're thinking. Das kann noch ein bisschen dauern. Oh, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Well, Larry. But the SPANKPis should have been waiting for you. Ah, that's okay. Take me, big boy. Nämlich ist irgendwas passiert mir jetzt. Ich habe endlich jemanden gefunden, der wirklich weiß, was ein Mann ist. Komm her, du wunderschönes Binge! Das ist aber richtig, wie ich die Stile von damals sehen kann. Oh Mann, Shibley! Er sieht aber ganz cool aus mit dem Feuer und den Abstandsfeuern. Ich hoffe, du hast einen Kondom gebracht. Oh, jetzt fragst du den Abstand. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ich hatte es, dass du einen von diesen gebracht hast. Hier, lass mich es haben. Scheiße. Was macht die denn? Die hat sich das Kondom gezogen. Scheiße. Oh nein. Jetzt sehe ich es gerade. Das ist ein... Das ist der T-Mail oder was? Oh Gott. Ist dir wieder den Arsch gefickt oder was? Nee. Der hatte ja geküsst, der kotzt. Achso. Aber ich habe jetzt damit nicht gerechnet, weißt du? Nee, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Oh Gott. Es war aber nicht so heftig wie diese Darmspiegel da. Aber... Jetzt spurgelt er gerade mit seinem Mundwasser. Ja. Okay, wir speichern. Okay. Ähm. Sieht es aus, man muss mal einen Cut machen? Ja, kann man machen. So wie ich das sehe, musst du jetzt zum Strand und dann den Sektkübel holen mit dem Sekt und den Gläsern und dann in die Küche gehen. Das können wir noch machen. Oder? Okay. Ähm. Oh... Weisere Analphabeten. Blablablabla... Das war doch echt heftig, ich habe jetzt aber ich nicht mehr geweckt. Ich auch nicht. Ich sah auch gar nicht so aus. Okay, ich hab mal diesen Rollstuhlfahrer da gerade mal angeguckt. Aber das steht nicht so bei Ella auf. Nee? Na okay, hab ich gedacht. Wird ja sein können. Das ist ja ein Albtraum, oder? Der hat echt Glück, ey. Wie du immer sagst auf der Seite. Ich erne das. Okay, jetzt hab ich... Wenn du jetzt verschleunst, holst du die Sektkübel und den Sekt in den Gläsern. Und dann geht Larry in die Küche. Mit der Küche mache ich auch noch. Ja, okay. Die Küche ist halt nur ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Küche war. Füche, warte mal. Nein, nein. Hier runter war es nicht. Ich meine die... Auf der rechten Seite. Nein, nein. Auf der rechten Seite meine ich. Also du musst zur Lobby zurück. Und dann den rechten Gang und meine dann die erste Tür. Ah ja. So, Larry wühlt in dem Eis herum. Ein Symbol. Ah, das ist Eis. Ich will nicht auf den Comic. Und finde ich einen. Und finde ich einen. Oh, lange? Wie sind diese scheiß Bilder da? Das ist eine kleine Wand vom Hotdog und vom Kuchen. Ja, ich habe den Koch hier. Siehst du ja, wie er da arbeitet. Ja. Also, Larry nimmt die orange ein. Dann geht jetzt aber die Schwingtür. Ja, ich könnte das orange nehmen. Du wirst nie wissen, wenn ein Mann etwas zu äh... Suckern. Die Schwingtür. Dann geht hier. Dann geht er durch den Schwingtür, benutzt das Schwingtür. Den Rachen ist auch... Welche? Welche? Warum würde ein Ritzi-Resort wie La Castellata passen aus uninflatete Flotation-Devices? Das Rübber-Belt zeigt euch an einem elastischen Bandage für... Ich weiß nicht, das ist mein Ende. Da war's schon. Wo? Neben dem Schild. Was? Nein, links. Nein, links. Eins, das! Das in der Mitte! Das! Burgundy's bracelet and some man, probably. My bad! Das hat er gerade schon gehabt. Jetzt kriegst du mal ganz nach links. Ja! Zweiter vom linken! Das! Ja, genau. Das sieht eigentlich aus wie so'n Köttchen oder so. Beaver mit dem Reifen des Autos. Genau. Ja, genau. Cleverly realizing the trucks tire is a source of pressurized air. You press the beavers inflator onto the tire's valve stem. Ja. Ja. Boah ey. Guck mal in die Lösung, was man alles da in dem Swimmingpool machen hat. I hope that was good for you too. Das ist ein Beaver. Das ist ein Beaver. Das ist ein Beaver. Du gehst nicht ins Swimmingpool. Ja. 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 Alles klar. Dann kann man da einen Cut machen. Genau. Okay. Also dann würde ich sagen, reicht, dass es mir fehlt. Ich denke, war es nur ganz cool. Obwohl man es hausend abtört sagt. Die arme Sau Larry wieder mal. Ich dachte ja, vielleicht kommt jetzt mit nirgendwas. Okay. Zumindest. Obwohl. Aber wenn du mir denkst. Wenigstens wird man sagen, er hat eine alte geküsse. Das war aber doch keine alte. Also hat dann wieder was gar anders geschaffen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also die... Die Schwarze damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das mit dran ist. Das war schon krass. Ich habe gedacht, das hat er seinen ersten Erfolg mal. Aber... Er hätte es ja verdient gehabt. Die arme Sau. Finde ich auch. Wir haben alles versucht. Genau. Und... Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Kann man machen eigentlich. Wie gesagt. Mal gucken. Wenn ich in der nächsten, dann überlegen. Genau. Ich glaube, du hast heute selbst ein Geruchmaterial, oder? Oder wie lange geht das Spiel noch, wenn du dir so die Lösung anschaust? Also... Zu lange ist es nicht mehr. Also... Im nächsten Fall können wir ja vielleicht mal ein bisschen länger aufnehmen. Dann haben wir es dann eigentlich weg. Jo. Kann man doch nicht nächstes Wochenende mal schauen. Obwohl, nächstes Wochenende ist ein bisschen schlecht vielleicht. Obwohl doch. Nee. Es wird gehen. Ja. Bei mir war es eigentlich dieses Wochenende ein bisschen schlecht, weil ich noch heute noch ein bisschen was vorführe. Ja. Wie gesagt, am Sonntag. Ich muss am Sonntag kommt 16 Uhr weg. Kurz vor 16 Uhr weg. Aber komm mal, vorher abends auch nicht. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Ciao. Ciao.